Was meins ist, ist meins. Oder wie es in Artikel 5 Staatsgrundgesetz heißt, das Eigentum ist unverletzlich. Was aber, wenn dieses Eigentum etwas anderem im Weg steht, lassen wir es beispielsweise das einzige Grundstück sein, das einzige Haus sein, das einer kilometerlangen Autobahn, die für alle, die für sehr, sehr viele Menschen notwendig ist, im Weg steht. Dann kennen wir in der österreichischen Rechtsordnung auch noch das Institut der Enteignung. Und genau um das geht es in der heutigen Folge von 3 Minuten Umweltrecht. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Das Eigentum ist unverletzlich, steht in Artikel 5 Staatsgrundgesetz. Gleich danach steht aber auch, dass, wenn es im Gesetz geregelt ist, sinngemäß in dieser Art und Weise, dann Enteignungen gegen den Willen des Eigentümers vorgenommen werden können und dürfen. Das Haus, das unserer Autobahn jetzt im Weg steht, nehmen wir weiterhin als Beispiel. Eine Enteignung darf nämlich nicht nur dann durchgeführt werden, wenn es irgendeine gesetzliche Grundlage gibt, sondern der Verfassungsgerichtshof hat hier relativ enge Grenzen dem Gesetzgeber auferlegt. Eine Enteignung darf nämlich überhaupt nur in den Fällen vorgenommen werden, indem sie aus Gründen, die im öffentlichen Interesse liegen, vorgenommen wird. Zurück zu unserem Autobahnbeispiel. Die Autobahn ist vereinfacht ausgedrückt für alle. Es gibt also ein bestimmtes öffentliches Interesse, dass diese errichtet wird, damit ich sie benutzen kann. Weitere Voraussetzung für die Enteignung ist, dass sie nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig ist und überhaupt verhältnismäßig sein muss. Wieder zurück zu unserem Autobahnbeispiel. Wenn es eine Alternative gibt, wenn ich dieses Haus mit der Trasse umfahren kann, dann geht das mit der Enteignung auch in diesen Fällen nicht. Dann muss ich eine andere Möglichkeit finden, die Trasse beispielsweise umlegen. Letztlich gibt es auch eine Entschädigungspflicht. Der Gesetzgeber darf Enteignungsbestimmungen nur vorsehen, wenn es auch zu einer Entschädigung kommt. Die Entschädigung muss angemessen sein, kann auch in beispielsweise einem Geldausgleich erfolgen. Das heißt, der Eigentümer unseres Hauses, in meinem Beispiel, ist dann zwar sein Haus los, erhält aber, meist gutachterlich festgestellt, den Wert ersetzt, den es gehabt hat.